Achtung, jetzt wird's komisch. Ein Kanal, der sich Verbreitet die Wahrheit nennt, verbreitet absolute Falschinformationen. Da hat doch wirklich ein Moslem ein Antwortvideo an mich veröffentlicht zu meinem Video, ob der Apostel Paulus vertrauenswürdig ist. Das ziehen ja Muslime und Dawagandisten immer wieder ungerechtfertigt in Zweifel, doch hier sagt er, Paulus ist ja denn überhaupt gar nicht existent. Und noch andere haltlose Behauptungen stellt er in diesem Video auf, aber dafür wird es mir nun ein Vergnügen sein, diese ganzen Falschinformationen zu entlarven und zu enttarnen, um einmal mehr festzustellen, dass die Argumente von Dawagandisten absolut unsinnig sind und dass letzten Endes Dawagand nichts anderes ist, als die Täuschung von Unwissenden und die Irreführung von Menschen, die nichts nachprüfen. Zunächst einmal sagt er um die Nicht-Existenz und das sagt ja noch nicht einmal er, das muss ich vielleicht auch noch hinzufügen, denn der gute Mann spricht nicht selbst, sondern er lässt die Google-Stimme sprechen. Er lässt also eine Roboter-Computer-Stimme sprechen, was ich an sich schon lustig finde und naja, das macht es teilweise dadurch, dass es so abgehackt und nicht authentisch ist, eigentlich nicht so vergnügsam, das Ganze anzusehen, aber naja, okay, gibt ja mehr solche Videos. Auf jeden Fall, nur wenn jemand nicht genannt wird und er sagt ja, Paulus wird ja in keiner außerbiblischen, außerchristlichen Quelle genannt, dann existiert er auch nicht. Dieses Argument ist falsch und sehr problematisch, denn nur weil jemand irgendwo nicht genannt wird, heißt das nicht gleich, dass diese Person absolut nicht existiert. Des Weiteren muss man hinzufügen, dass der Begriff außerbiblisch auf diese Zeit ein Bezug ist, welcher tatsächlich sehr irreführend, historisch sehr irreführend ist und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil es letzten Endes so ist, dass damals, dass da sich bei den Vatikanischen Konzilien hingesetzt wurde und gesagt wurde, hey, wir tragen in die Bibel die Quellen zusammen, die als göttlich inspiriert gelten können, weil sie auch historische Fakten vermitteln und nah an Jesus Christus dran sind und an diesen ganzen Ereignissen. Und hier stellen wir dann fest, dass das Neue Testament eine Primärquelle ist, die auf Augenzeugenberichten basiert, weil sie aus dem ersten Jahrhundert stammt und nicht wie der Islam 600 Jahre später irgendwelche irrsinnigen und unhaltbaren Behauptungen über Jesus Christus aufstellt. Das bedeutet, dass dies historische Quellen sind, historische Primärquellen, die dann letzten Endes aufgrund ihrer Zuverlässigkeit zur Bibel letzten Endes hinzugefügt wurden und eben als verlässlich betrachtet wurden. Das bedeutet, es handelt sich um historische Quellen, die später kanonisiert wurden und damit ist das Ganze irreführend und man muss sagen, es gibt historische Quellen zu Paulus. Dass außer den Paulusbriefen keine Quelle den historischen Paulus nennt, ist ebenso absolut falsch, denn die Apostelgeschichte des Lukas und Lukas, wir erinnern uns, gilt als sehr zuverlässiger Historiker und Aussagen der Apostelgeschichte und des Lukas-Evangeliums konnten immer wieder historisch verifiziert werden. Und das nennt zum Beispiel Aufenthaltsorte und Reisewege des Paulus ausführlich und zwei externe Fixdaten, wie zum Beispiel Apostelgeschichte 18, 2. Da traf Paulus bei seiner Ankunft in Korinth das Ehepaar Aquila und Priscilla, das kürzlich aus Italien eingetroffen sei, weil der römische Kaiser Claudius allen Juden befohlen habe, Rom zu verlassen. Dieses Edikt wird auch vom römischen Chronisten Sueton erwähnt und es wird mit Orosius auf das Jahr 49 datiert. Und laut Apostelgeschichte 18, 12 beispielsweise wurde Paulus später in Korinth dem römischen Prokonsul Gallio vorgeführt. Dieser regierte nach römischen Inschriften vom Frühsommer 51 bis 52. Das bedeutet, Paulus war spätestens ab 50 bis maximal Juli 52 in Korinth, also für etwa anderthalb Jahre. Und weitgehend unstrittig sind solche Angaben deshalb, weil auch in den Paulusbriefen Angaben diese bestätigen, wie zum Beispiel einige Stationen, wie zum Beispiel die zweite Missionsreise des Paulus vom Apostelkonzil in Jerusalem, Apostelgeschichte 15, 23 bis Korinth, Apostelgeschichte 18, 1. Also das findet in den Paulusbriefen Bestätigung, weshalb da letzten Endes historisch alles unstrittig ist. Dann kommen wir auf etwas weiteres zu sprechen, was wir zu den Paulusbriefen sagen müssen, denn auch hier hat der Gute verbreitet die Wahrheit, der hier Falschinformationen verbreitet und dann sich seinen Namen gibt, etwas nicht so dargestellt, wie es letzten Endes ist. Denn er kommt auf den Korpus Paulinum zu sprechen und sagt, es gebe ja letzten Endes keine Beweise, dass irgendein Paulusbrief von Paulus verfasst wurde oder es gibt auch gar nichts, was uns darauf hinweist, aber da gibt es natürlich ein großes Problem, denn er bezieht sich da auf die niederländische Radikalkritik und auf irrsinnige Verschwörungstheorien von beispielsweise Bruno Bauer, die heutzutage als widerlegt gelten und nicht die Mehrheitsmeinung darstellen. Nach einer solchen Radikalkritik müsste er auch Jesu historische Existenz in Zweifel ziehen. Das hingegen würde den Islam, weil Jesus ja ein bedeutender Prophet im Islam ist, ebenfalls wieder vernichten. Das bedeutet, das macht absolut keinen Sinn. Heutzutage ist die Mehrheitsmeinung eben ganz klar und kein vernünftiger Gelehrter würde mir in Frage stellen, dass Paulus historisch ist. Das sage nicht ich, sondern es gibt auch, wie gesagt, skeptische und liberale Theologen, die keinen Sinn darin sehen, Paulus irgendwie in Zweifel zu ziehen. Die Authentizität von sieben Paulusbriefen ist heute zudem unumstritten und wird in neutestamentlichen Einleitungen vorausgesetzt. Vor allem deshalb, weil Paulus darin selbst auf Vorläuferbriefe und Schüler hinweist. Und außerdem lassen sich spätere Briefe, von denen er jetzt sagt, ja, die können ja nicht von Paulus sein, die lassen sich sprachlich und inhaltlich deutlich von den älteren Paulusbriefen abgrenzen und daher deutlich auf Paulusschüler zurückführen, die an seine Theologie anknüpfen und seine Tradition bewahren. Umstritten sind heute Briefe wie Epheser, Kolosser und Zweiter Thessalonicher. Weitgehend akzeptiert ist dagegen, dass die drei Pastoralbriefe wegen stilistischer und inhaltlicher Unterschiede von einem Paulusschüler stammen. Das Problem jedoch, also besonders die deutschsprachige Forschung unterscheidet ja zwischen echten Paulusbriefen und Briefen von Paulusschülern und das wird dann heutzutage aus Corpus Paulinum bezeichnet und ist dann eben in der Exegese auch dementsprechend so verankert. Was wir letzten Endes aber auch sagen müssen, dann widerspricht er sich wieder, denn er sagt dann, ja, Paulus, der habe ja einen historischen Kern und das ist dann ein Selbstwiderspruch, denn er wollte ja eigentlich aufzeigen, dass Paulus gar nicht existent sei. Er sagt aber zum Schluss, ja, doch, Paulus könnte schon einen historischen Kern haben. Von daher Selbstwiderspruch. Dadurch, dass er die Pastoralbriefe auf Paulusschüler zurückführt, stellt sich indes die Frage, warum ein nicht existenter Paulusschüler haben sollte. Wie lässt sich diese konträre Logik denn aufheben? Das zeigt einfach wieder, dass er sich selbst widerspricht und einfach in eine irrsinnige Argumentationskette übergeht, die nicht haltbar ist. Dass er ernsthaft darauf zu sprechen kommt, dass ja Paulus ein Fälscher sei und sich Zeugen erfindet, davon kann nicht die Rede sein, denn in 1. Korinther, Kapitel 15, zitiert er ein frühchristliches Credo aus der Jerusalemer Urgemeinde vermutlich, dass selbst laut Skeptikern und Nichtchristen wie Gerd Lüdemann drei bis fünf Jahre spätestens nach Jesu Tod datiert werden sollte und er nennt außerdem eine Zeugenliste von verschiedenen Zeugen, die Jesus gesehen haben. Dies hätte Paulus erstens nicht gewagt, wenn es diese Zeugen nicht gegeben hätte, zweitens hätte er es nicht gewagt, wenn man diese Zeugen dann hätte aufsuchen können und diese hätten dann gesagt, dass das alles nicht stimmt, denn dann wäre das aufgeflogen und es gäbe Gegendarstellungen, weil viele, wie Paulus schreibt, der Zeugen noch leben. Das ließ sich damals eindeutig überprüfen. Zudem ist es so ungünstig, das in einem Kontext und in einem Milieu zu erwähnen, wo so viele Gegner zusammen sind, wo sich das wie ein Lauffeuer verbreiten könnte. Des Weiteren muss man ja auch sagen, dass Paulus früher ein Gegner des Christentums war und wieso sollte ein Gegner plötzlich so etwas tun? Er hat früher Christen verfolgt und dann plötzlich kommt er zum Christentum und nimmt in Kauf, dass mit ihm das geschieht, was er einst mit Christen zu tun vermochte, nämlich sie zu verfolgen und er nahm sogar das Risiko und den Märtyrer Tod auf sich, weshalb nicht schlüssig erscheint, warum Paulus sich etwas ausdenken sollte, wenn es ihm nichts gebracht hätte und warum er sich so plötzlich so transformieren sollte. Und die Aussage in dem Video, dass Paulus sich selbst als Zeugen darstellt und sagt, wir, und das zeige ja seinen manipulativen Charakter, ist ebenso falsch, denn er hat ja Jesus selbst gesehen und wertet sich sogar noch ab. Er bezeichnet sich ja als Missgeburt und rangiert sich als niedrigsten Apostel. Trotzdem ist er mit den Aposteln zusammen und überprüft seine Lehre, weshalb er letzten Endes, und darauf konnte auch er nicht eingehen und ist er auch nicht, deswegen hat er alles geprüft, weil er genau wusste, es gibt Leute, die machen falsche Offenbarungen, wie Mohammed auch, ja. Und deswegen hat er das getan. Dadurch, dass 1. Korinther 15 auf 50 bis 55 nach Christus datiert werden kann, eben auch wegen diesen Fakten mit Gallio und diesen historischen Faktoren und dass die Paulusbriefe also im 1. Jahrhundert entstanden sein müssen, auch aufgrund der Überlieferungs- und Nennungstraditionen, weil um 95 bereits aus dem gesamten Neuen Testament zitiert wurde und das bedeutet eben, dass da alles schon entstanden sein musste. Zudem, wenn er sagt, dass wenn jemand über eine historische Person schweigt und diese ganzen Probleme des Corpus Paulinum dann letzten Endes gegen Paulus verwendet, da muss man nach keinem Rasiermesser allerdings etwas wieder umkehren. Dadurch, dass das Christentum und die Annahme der Existenz von Jesus und Paulus wenig Zusatzannahmen erfordert und die historischen Fakten am besten erklärt, ist es sehr plausibel, das auch so zu tun. Außerdem gibt es vom 6. Dezember 2006 eine Veröffentlichung des Vatikans, dass man ja 2006 das Paulusgrab wieder entdeckt hatte und zwar an der Stelle, wo es seit etwa 1600 Jahren verehrt wurde mit einer Kirche auch und in diesem Grab, als es geöffnet wurde, fand man Stoff- und Knochenfunde, die mit der Radiokarbon-Methode auf das 1. bis 2. Jahrhundert nach Christus datiert werden konnten. Das sollte er mir auch erklären, denn das könnte letzten Endes ein archäologischer Fund und Befund zum historischen Paulus sein. Siebtens, für dich speziell als Moslem, wenn du dir das anschaust oder auch wenn nicht, dann für die Zuschauer und für alle muslimischen Zuschauer speziell als Moslem, damit keiner mit dem Argument mehr kommen kann, dass Paulus ja ein Fälscher sei. Man argumentiert damit. Jeder Moslem, der das sagt und das sind heutzutage die meisten Dawagandisten und Moslems, die argumentieren ja gegen ihren eigenen Islam, denn laut ihrem Islam ist Paulus ein gesamter Allahs. Zum Beispiel in Mualam al-Tansil fi Tafsir al-Quran, im Tafsir al-Bagawi, das 510 nach der Hitchra, auf der 510 nach der Hitchra zu datieren ist, nach dem islamischen Kalender und dem islamischen Jahresrhythmus von Hussein bin Masoud, Bugawi al-Shafi. Der hat das auch 510 nach der Hitchra kommentiert und der kommentiert zu Koran, Surah 36, Vers 14, dass zwei Boten zu ihnen gesandt worden seien, die es verleugnet hätten, also das damalige Christentum und diese Boten werden als Johannes und als Paulus benannt. In Tafsir ibn al-Kathir, und das ist einer der bedeutendsten und auch zuverlässigsten Koran-Rezitatoren und Kommentatoren, schreibt zu Surah 36, Vers 14, dass die ersten zwei Gesandten Shamun und Johanna seien und der dritte Saibullus, also Paulus. Und die Stadt wird mit Antakia, also mit Antiochia angegeben. Und in Al-Tafsir al-Maragi von Ahmad bin Mustafi al-Maragi 1371 nach der Hitchra, das müsste Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen sein, heißen die drei Boten Johannes, Paulus und Simon. Und aus Tafsir al-Tachrir, weil Tauvir von Ibn Aschaf aus 1393 nach der Hitchra steht in Sure 61, Vers 14 folgendes, dass Gott das Volk des Christentums unterstützt habe und von denen, die unterstützt haben und zu denen jemanden gesandt haben, die dem Christentum bereits folgten und dem anderen festhielten. Durch die Berufung Allahs, der Apostel und der Anhänger der Apostel wie Paulus. Das bedeutet, Paulus ist von Allah berufen und damit kommt er mit einer Botschaft von göttlicher Offenbarung und auch von göttlicher Legitimation. Wenn aber Paulus laut Islam göttliche Autorität hat, dann ist das wiederum ein Problem des Islam. Dann ist es ein Problem, wenn ihr gegen Paulus als Täuscher argumentiert und dann ist es aber ebenfalls ein Problem, bei beiden Szenarien muss der Islam falsch sein, dann ist es aber genauso ein Problem, weil Paulus Lehre die Verkündigung des Evangeliums ist und zwar des Evangeliums Jesu Christi, also er verkündet das Evangelium und das Evangelium ist zwar laut Koran davon herabgesandt von Allah und herabgesandte Schriften, das hatten wir ja schon öfter, kann man nicht verfälschen, laut dem Koran und laut Allah selbst und laut dem Islam, aber das Problem ist halt hierbei, für den Islam, dass das alles dem Islam komplett widerspricht. Dann wären wir wieder beim bekannten islamischen Dilemma. Somit muss der Islam falsch sein. Verbreitet die Wahrheit, verbreitet also Fake News und absolute Falschinformationen. Die Davaganda, die er da veranstaltet und die angebliche Widerlegungsreihe, die er da gestartet hat und die nun auch mich getroffen zu haben scheint, enthält an Fakten allerdings nichts und bei näherer Betrachtung selbstverständlich Menschen, die das nicht nachprüfen, die meinen sie dann verarschen zu können und in die Irre führen zu können und manipulieren zu können. Aber wir prüfen das hier nach und wir wissen und wir sehen wieder einmal, die ganzen Dava-Lügen haben keine Grundlage und wenn man ihnen Fakten entgegenhält, fallen sie wie ein Kartenhaus zusammen. In dem Sinne verbreitet die Wahrheit und zwar richtig und nicht im Sinne irgendwelcher Dava-Lügen. Und wer sich verbreitet die Wahrheit nennt, sollte nicht unbedingt davagandistische Lügen verbreiten, denn ansonsten macht er sich unglaubwürdig und jetzt hat er sich als das bewiesen, was er auch offensichtlich ist, nämlich absolut unüberzeugend und auch unauthentisch. Beifall von der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN